Die Petra Ober ist eine Frankfurter Künstlerin und sie macht sehr sinnliche Kunst. Ihr Medier ist die Farbe, sie arbeitet viel mit verschiedenen Farben und jetzt ist seit einiger Zeit auch die Schrift, nämlich die Handschrift, dazugekommen. Und Petra Ober fühlt sich sehr von Hölderlins Texten angesprochen. Sie sagt, die seien so aktuell wie eh und je. Und wir haben hier ausgestellt Hölderlins Text im Walde. Und den hat sie einmal als Buch geschrieben. Es gibt aber auch größere Schriftblätter, wo sie dann den Text auch mit der Hand als farbige Schriftbilder geschrieben hat. Das Buch hat einen dunklen Fond und die farbige Schrift, also die leuchtet wie Licht. Für Petra Ober ist die Hütte, mit dem der Text anfängt, in den Hütten wohnen der Mensch, ist die Hütte quasi das Urbild. Er hat eine Schutzfunktion und aus dieser Hütte leuchtet im Dunkeln auch Licht. Und genauso leuchtet die Farbe auf diesem dunklen Fond wie Licht. Es gibt noch eine Lichtmetapher in diesem Gedicht. Das ist die Flamme des Geistes, das leuchtet, auch wieder Licht, das leuchtet. Und das hat Petra Ober hier eben auf diesem dunklen Fond wie ein hervorbrechendes Licht geschrieben. Und im Hintergrund sehen wir auch noch die Schriftfahnen, die sie geschrieben hat, als farbige Schriftbilder, zum Teil sind sie beidseitig beschrieben, zum Teil einseitig. Herr Hölder beschließt sein Gedicht im Walde, in dem er schreibt, das Göttlichste ist die allerhaltende Liebe. Und dieses letzte Wort des Gedichtes nimmt Petra Ober und schreibt es hier auf einen farbig strukturierten Untergrund, also nur ein Wort Liebe.